Stille hatte sich über die Stadt gelegt, als ob alle Menschen plötzlich aus der Stadt verschwunden wären. Es läuft alles wie geplant, nicht wahr? Tatsuhiko Shibusawa. Er wird auch Collector genannt. Wir werden ab sofort all unsere Kräfte darauf verwenden, diesen Mann zu finden. Wir sind unsere letzte Hoffnung! Ich nehme den Auftrag an. Die armen Befähigten werden allesamt sterben müssen. Dasei ist auf der Seite des Feindes? Ich persönlich werde Dasei töten. Hau da ab und verschlech. Es wird gleich gefährlich. Kunikina! Nur so kann Yokohama gerettet werden. Kicke! Du Dummkopf, verstehst du es denn immer noch nicht? Glaubst du, dass es auch nur einen einzigen Menschen auf dieser Welt gibt? Dagegen seine eigene übernatürliche Fähigkeit siegen kann? Sag mal, glaubst du, ein Ernst ist, dass du mich verhaften kannst? Du solltest besser deine Zunge hüllen. Kyoka! Ich nehme heftigen Blutdurstler. AAAAAAAH! AAAAAH! Vielen Dank.